was geht ab meine wette freunde willkommen hier im hoffentlich endlich letzten part hierzu wir rocken heute diese statuer es kann nicht sein wir müssen die irgendwie schaffen und das geht jetzt so wir schaffen das ich bin zuversichtlich wir sind wir haben eine gute strategie ich darf nur nicht alles verkecken also ich darf nicht so viel ferien zack und jetzt kommen die grünen dann muss ich mich beeilen ich habe nur noch sieben sekunden bis ich da sein muss die färben zum glück ziemlich viel ein das ist gut also ist ja auch der sinn der sache dass sie viel einfärben ziemlich gut sieben sekunden dann geht es weiter den gelben okay so die müssen wir treffen zack die anderen können wir jetzt alle unterwegs treffen nein 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 hör auf zu sliden hör auf zu sliden so so jetzt die hier dann fange ich mit der hier an vier sekunden und feuer da sind sie ist nicht so schlimm wenn ich hier und das leider muss nur ich muss ich muss überhaupt die scheiß leiter die die rein schiene finden ja geil instant fail 2 immerhin das ist ein schild ok haben wir alle jetzt kann ich gleich hier drauf bleiben jetzt die minute ich speed mal ein bisschen mehr jetzt kann ich nämlich hierhin nach der den trifft man halt nicht zack zack bei dem müssen wir noch mal treffen so jetzt müssen wir durchspielen nochmal bis oben und dann hoch zu kommen das ist so dumm bis hierhin müssen wir nicht hochspielen zack so jetzt haben wir 30 sekunden für sechs stück 5 sekunden pro stück und das sollte gut gehen ziemlich zuversichtlich und last but not least der vorne am kopf 10 sekunden und let's do it alle geschafft die zeit ist um find's lustig weil eigentlich hätte er mit der zeit immer weniger und weniger und weniger sammeln können sollen an energie die status nicht völlig aufgeladen aber es scheint trotzdem feuern zu wollen subjekt 10.008 du hast als testobjekt völlig versagt aber du wirst trotzdem deinen platz in der perfekten welt des professors einnehmen und zwar jetzt passt er genau wie diese elende stadt gut gut aber jetzt bin ich dran maximale stimmband geschmeidigkeit zieh dir das rein dufe statuer der perler blaster die heulboje das vertone ich nicht kann ich irgendwas machen nö irgendwie nicht 5 7 8 9 888,8 prozent das ist wie mit octavio wieder mal professor bald sind wir wieder vereint das ist schwer zu lesen blub 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 tschüss babypaste knuddler des todes hey nummer 8 ist auch endlich mal aufgewacht jetzt wo alles zu Ende ist äh nummer 3 also auf high heels hocken stelle ich mir echt anstrengend vor naja das ist ein schöner screen da kommen jetzt bestimmt die credits ne ey das ist voll der schöne screen das gefällt mir sehr sehr gut voll so ein pflaster auf dem hinterkopf ja wir haben es geschafft ja ich habe ja noch nicht alle level gespielt aber ich ziehe jetzt schon mal ein kleines zwischen fazit so wie die story war also so ein kleine sagen wir mal das ist eine kleine meinung Fazit Fazit machen wir erst am ende ähm bis jetzt sehr cool und es gibt halt einige challenges die sind richtig kacke die sind richtig kacke weil die extra auf extrem schwer getrimmt sind das finde ich doof die sollten den Schwierigkeitsgrad beibehalten oder auswählbar machen aber nicht einige Missionen extrem schwer machen das finde ich ungerecht gegenüber Spielern die das halt nur casual spielen ich spiele es nicht sehr aktiv ich bin halt kein Profi-Gamer in der Hinsicht wo ich jetzt äh Konsolen-Shooter ich kann Konsolen-Shooter schlichtweg nicht gut weil ich am PC angefangen habe Shooter zu spielen und nur mit der Maus gut spielen kann ich kann es halt nicht mit einem Controller mit Gyro-Steuerung oder ohne ist egal ich kann es halt einfach nicht mit einem Controller da müssen sie eigentlich echt nachhaken weil das ist doof das macht das Spiel ich war zwischenzeitlich dabei echt eine Woche nicht aufzunehmen weil ich keinen Bock drauf habe weil die einfach kacke waren die Missionen die Arena der Arena Kampf der gestern rauskam am 20. der war richtig kacke die drei äh ne davor der eine Part der war okay und davor die drei Parts die waren auch wieder alle drei kacke weil die richtig hardcore schwer waren da ich teilweise ein Level pro Part geschafft in 20 Minuten das ist kacke ich meine die sind schaffbar ist ja keine Frage aber weiß nicht sollte einsteigerfreundlich sein finde ich oder zumindest casual freundlich das finde ich schade das könnte man besser machen an sich aber geil gemacht es gibt sehr schöne Challenges es gibt sehr unique Challenges die halt richtig drauf getrimmt sind Spaß zu machen und ich stehe halt nicht auf Challenges die nur darauf getrimmt sind schwer zu sein und da gibt es halt schlichtweg einige davon und die liegen nun mal auf dem Weg und da kann man nicht kommt man nicht drum rum ist doof was euch jetzt noch erwartet äh für die die es noch interessiert also für die die nur die Story wollten das ist jetzt die Story gewesen mehr gibt es zu der Story nicht äh die die jetzt das Let's Play noch weiter interessiert ich werde jede Challenge einmal spielen egal wie ich werde jede Challenge einmal spielen und wenn es halt so ist dass meine Challenge zwei Parts dauert dann ist es so da kommen wir nicht drum rum aber ich will das Projekt so beenden dass ich sage okay ich mach keine 100% weil es doch zu schwer ist und ich will wirklich ich will nicht Projekte wo ich zu viel gefrustet bin außer es ist halt der Sinn dahinter aber bei Splatoon eigentlich nichts sollte eigentlich Spaß machen und deswegen also ja ich versuche halt das Beste draus zu machen und ich werde jede Challenge jetzt halt noch einmal zeigen so wie sie irgendwie am angenehmsten ist das ist mein Ziel bei 100% heißt ja wir haben jedes Level mit jeder Waffe durchgespielt und wir wissen alle das Arena Level was am 20.07. rauskam werde ich nicht nochmal spielen zumindest nicht im Let's Play so das Schöne ist heute ist gerade der 21.07. das ist der Samstag wo das Jubiläum Splatfest stattfindet und wir können jetzt Oktarianer spielen und ich habe für Oktarianer gestimmt Oktolinge sind jetzt verfügbar ich habe für Oktolinge gestimmt das Oktoling Kleckser Replika ist verfügbar ist mir aber ziemlich egal weil ich das eh in den Rangkämpfen nicht benutze ich werde eventuell ein oder zwei Runden spielen einfach nur um teilgenommen zu haben aber ich bin halt schlecht ich will halt die Quote nicht runterziehen und jetzt haben wir Splatoon 2 aus der Ecke und starten als Oktoling so wir gucken uns gleich nochmal die Cosmetics an aber ich möchte kurz das ganze mal gezeigt haben ich bin Splatfeststand ist ja gar nicht da soll das so sein eigentlich müsste hier der Splatfeststand stehen der war vorhin noch da dann liegt es daran dass wir jetzt Oktoling sind ähm aussehen ja möchte ich anpassen ich möchte wissen ob es mehr Frisuren gibt so Oktoling Mädchen Junge Enkling Mädchen Junge so ich möchte ein Oktoling Jungen haben erstmal einfach bla bla es gibt nur die beiden Frisuren das heißt also beim Oktoling Mädchen gibt es auch nur die beiden Frisuren ja schade die Frisur finde ich sehr sehr geil also ich mag die sehr nehmen wir die Jeans jo alles gut so so Arena und Spielmodus wurde aktualisiert da ist jetzt Splatfeststand jetzt gewesen ihr habt es kurz gesehen so wir haben die Oktoson Brille yay und jetzt kann ich euch nochmal zeigen dass ich beim Splatfest für Team Octopus gewählt habe startet heute um 16 Uhr 21.07 wie gesagt ich werde wahrscheinlich 1,2,3 Runden spielen können mehr aber auch nicht bin schlecht was das angeht sind wirklich schlecht so jetzt können wir auch ganz normal in die Anpassung gehen so meine schönen Quattro Quattro Noir die ich sehr cool finde weil das Waffenset sehr sehr stimmig ist so haben wir die geile Oktobusonnen Brille die hat was hat denn die für ein Effekt ne äh wie waren das mit den Effekten anzeigen lassen ach mit L mit ZL äh Endspurt die letzten 30 Sekunden des Kampfes verwässert sich Tintenregeneration und Verbrauch ok ich will aber hier Bombenschutz haben hier natürlich dann das Splatfest Shirt das kann ich schon mal anziehen und hier haben wir Hauptverbrauch schnelle Rückkehr ja ich weiß es ist ziemlich sinnlos ein Octolink zu spielen wenn ich trotzdem die Rüstung trage weil die einfach cool ist man sieht aber hinten ein bisschen die Tentakel das geht mir darum dass ich ein Octolink spiele ok ah ne die laufen auch anders was ist eigentlich wenn wir jetzt hier mit da reingehen haben wir jetzt Nummer 8 im Hauptgame nö da bleiben wir der gute alte Nummer 3 ja ähm sie ist ja jetzt auch da Aioli Kadabra Simsalabim hier kommt das heutige Waffenhoroskop hm ha ich hab's heute empfehle ich bei den Waffen das hier Dispersa Neo ich würde dir diese Empfehlung mit einer gewissen Skepsis betrachten Nummer 4 weiß ich auch nicht sie macht irgendwie Waffenhoroskop ich hab den Sinn dahinter aber nicht ganz verstanden wenn ich ehrlich bin ja vielleicht werde ich ja auch hier irgendwie mal eine andere Rüstung oder so anlegen aber ich finde die halt so cool ist halt schwierig das muss halt designtechnisch passen Schwimmtempo Startvorteil ja gut aber Endspurt ist ein doofer Effekt ein Samurai Helm ist schon ziemlich sexy aber was hat denn der Supersprung plus der Supersprung wird schneller passt halt Outfit Technisch aber auch nicht so gut sieht ne Samurai Outfit allgemein aus was hast du Spezialladezeit ne Samurai Bot die haben Hauptwaffen äh die haben Spezialstärke hatte ich auch mal ein ganzes Set für also ich meine da ist der Fokus definitiv auf dem Kopf ne dann sieht man halt dass ich Oktoling bin da Schwimmtempo ist du jetzt bist du ein Spezialabzug Minus na gut da sieht man es wieder eh nicht mh das ist schwierig wie gesagt ich hätte gerne Kopfbedeckung die ich gern trage Ninja Kapuze ist auch wieder doof der Helm sieht doof aus dazu Regeneration ist eigentlich nicht so schlecht ich muss dann nur zwei Slots noch raufbringen dann ging es dann hätten wir hier ein ziemlich cooles Set an sich man außer ich finde irgendwann noch einen geilen Helm ich weiß ja noch nicht was mit den neuen Amiibos dann dazu kommt die kommen auch bald raus da kann natürlich sein dass da nochmal was cooles dazu kommt ich lass jetzt mal das weiße Stürmband drin ich hab wie viele Muscheln hab ich denn 42 viel kostet ein Slot ich geh mal kurz zu dem Typen hey was läuft Splatfest Shirt hast ein kleines Sonderpreis bei mir hier so Zusatzfeld was sind eins easy was ist nochmal eins ja perfekt nehm ich so so meine Fragmente kann ich noch nicht verwenden wie gesagt ich hab so wenig gespielt so hör mal ne dicke Rüstung und ein Stürmband irgendwie strange so ja wie gesagt wen es nicht interessiert der kann auch gerne also was heißt wie gesagt wen es nicht interessiert der kann gerne auch abschalten nur kurz dass jetzt noch so an Outfits Sachen so an Kopfbedeckung da ist ich hab kein Geld dafür aber das würde designtechnisch auch noch gut passen aber Schwimmtempo ist doof hab ich Schwimmtempo nicht interessiert Hauptwaffenverbrauch hätte ich echt gerne drauf auf irgendwas ich mein hab ich jetzt glaub ich schon auf meins aktuell ja aber plus drücken ja Hauptwaffenverbrauch ist auf meinem Stürmband drauf ah ne Sekunden Tinten Regeneration und hier ist Hauptwaffenverbrauch drauf so Tintenverbrauch der Hauptwaffe wird reduziert und hier haben wir Tintentank fühlt sich schnell wieder auf das ist eine sehr sehr böse Kombo ja das ist eine schnelle Rückkehr wenn ich halt wieder verkacke an sich ist das Set schon mal ganz gut so wie ich es hab also von den Effekten her designtechnisch ist es auch ganz gut könnte man halt eventuell wie gesagt beim Stürmband noch was machen gut dann danke ich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da wenn es euch gefallen hat das sieht wieder sehr geil aus und für jeden Fall also keine von den Verpassungen heute drückt auf Abonnieren wir sehen uns im nächsten Video wieder bis dahin Peace out of the Request Day Play Ciao Ciao